Kilian Ort stellt sich Ovidio Ionescu. Toller erster Satz für Kilian. Gar keine Fehler, spielt clever. Aufschlag nicht richtig lesen. Und auch macht. Unglaublich! Ja, wieder der Kurze steht, um festspielen zu können. Ist dadurch besser ins Spiel gekommen, spielt seine Bälle jetzt sicher da. Ja! 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 Kilian Ort. Bringt es! Ja! 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 Ja!